Hallo meine lieben Freunde, Willkommen zurück zu Final Fantasy Type Zero. Ich freue mich und ich habe gestern den ganzen Tag nicht aufgenommen, weil ich ja Geburtstag hatte und hoffe einfach mal, dass mein Aufnahmeprogramm mal einen Tag Ruhe hatte und jetzt mal mehr Bock hat und nicht abstürzt. Was ich aber irgendwie auch glaube. Auf jeden Fall, ja beim letzten Teil Fantasy Parts ist es ja auch nicht abstürzt. Ja, so ist es ja nicht. Es ist schon, dass ich wieder obendrauf mich töten kann. Hilfe! Die kann ich allerdings töten. Aber... Habe ich den jetzt damit getötet? Ich weiß nicht wie, aber... Alles klar. Man, das ist so schneewig. Nein, ich hätte gern mal den Ace. Denn der Ace ist der Riegel. Wenn er dann treffen würde. So, und da ist auch ein Level ab. Mensch Ace. Alles klar. So. Och nö. Och nö. Der hat einen Schild. Der hat einfach einen Schild. Und der ist tot. Okay, das ist natürlich jetzt egal. So. Okay, auf jeden Fall. Weiter geht's. Ähm. So. So. So, jetzt mit dir mein Freund. Du. Stier. Der lebt noch. Der hat einen Hit von mir überlebt. Das finde ich nicht in Ordnung. Okay, ich glaub... Schon, dass der eigentlich gestorben wäre. Aber... Das Spiel denkt sich so, nö. Warum krieg ich denn dauernd fünf Schaden? Seven könnte fünf Schaden bekommen, weil die unter Schock steht. Warum steht die denn unter Schock? Wann hat die denn so geschockt, dass die unter Schock steht? Das verstehe ich nicht. Aber ist ja egal. So, ab in den nächsten Sektor. Ähm. So, warte mal hier. Schnee. Schön. Oh. Oh. Ich mach da Tor zu. Ich mach da Tor zu. Nö. Ich hab gesagt nö. Auch zu dir sag ich nö. Und nö. Und nö. Und nö. Easy. Just too easy. Okay. Und man jetzt schneit die ganze Zeit. Oh oh. Das könnte... Das könnte jetzt nicht mehr. Hilfe. Oh. Der hat das gemacht? Egal. Sehr geil. Vielen Dank auf jeden Fall für den, der es gemacht hat. Hat mich gefreut. So. Dann einfach wieder weiter. Dann haben wir jetzt. Wer von euch ist der Anführer? Keiner. Ja. Es hat ja alles so schlecht. Ah. Du bist der Anführer. Hallo. Ich bin hinter dir jung. Nice. 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 Und weiter geht's. Weiter geht's. Äh. Geh mal in den Untergrund. Ah. Oh nein. Dann weiß ich was gleich passiert. Okay. Jetzt erstmal selten wir vorher gleich nochmal irgendwie mal abstürzt. Was ich natürlich nicht hoffe. Aber kann immer passieren. Oh. Ich glaube ich darf die Folge auch gar nicht so lang machen. Fällt mir gerade ein. Weil nämlich. Meine Festplatte passt voll. Oh. Oh. Da hab ich ganz vergessen mal was draus zu löschen. Ah. Ah. Das ist jetzt blöd. Das ist meine Schuld. Das nehme ich auf meine Kappe. Das tut mir jetzt leid. Ich hoffe ihr könnt es mir verzeihen. immediately. So. Was. Nee nee nee. Nee nee Kollege. Nee nee nee. So fang mal gar nicht erst an. Ach du willst weiter kämpfen oder was. Ah. Jetzt auf einmal doch nicht. Okay. Ein Mann Packung. Alles klar. Die Queen von Concordia. Wir müssen sie finden. Sir. Assassination? Of the Queen? Nein. Es ist kein Problem. Ich kann nicht Kontakt mit einem Minion. Es kann nicht sein. Nicht sagen, dass sie auch den Chancellor haben. Ist Rubrum sicher? Ich habe noch meine Erinnerungen des Chancellor. Und Kurasame war bei seiner Seite. Mhm. Wenn wir immer noch nicht erinnern, Kurasame und Chancellor. Das bedeutet, dass sie immer noch und gut sind. Und gut sind. Und gut sind jetzt. Vielleicht eine bessere Art. Aber. Dann. Warum nicht sie reagieren? Und warum denken sie, dass wir es gemacht haben? Vielleicht die Crystal haben uns vergessen, dass sie sie töten. Aber. Aber wenn es das ist wahr ist, wir sollten immer noch nicht erinnern, dass wir jemanden haben. Das ist eine wunderbare Erinnerung von deinem Teil, Rem. Eine, mit dem ich in der Lage bin. Ich erinnere mich, dass wir uns zur Queen von Concordia waren. Aber ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Also, sie muss wirklich sterben werden. Aber ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und wenn alle anderen Erinnerungen sind die gleichen, dann haben wir sicherlich mit der Queen. In welchem Fall, das wäre sicherlich mehr als genug bewirten, um uns in der Verabschung. Einmal noch. Das ist nur eine teorie, aber es ist möglich, dass wir als die Verabschung sind. Von Beginn, bevor die Verabschung stattfindet. Du musst dich schocken. Was bedeutet, dass wir? Lass mich und Rem raus aus. Was bedeutet das? Ein Moment, Queen. Was bedeutet das jetzt? Wie kann man das zu erklären, dass die Imperierliche Soldaten, die direkt auf unsere Rune senden? Jetzt, dass du es sagst. Es ist ein bisschen strange, dass sie uns hier verlassenen, stattdessen von uns nach Hause bringen. Was noch mehr? Ich habe gesehen, dass ein Enteiniger von Section 4 ist. Section 4? Oder du... du... du kannst nicht... ... dass die Dominion... ... uns verabschieden. Machina, das ist genug, okay? Du wirst jetzt nicht mit irgendwelchen Antworten kommen. Entweder. Es wäre sinnvoll, dass wir uns nicht zu verabschieden. Wir müssen jetzt rauskommen. Guter Punkt. Guter Punkt. Guter Punkt. Hier rauskommt, glaube ich nicht so... Hier rauskommt, glaube ich nicht so... Hier rauskommt, glaube ich gar nicht so einfach. Habe ich stattgefühlt. Da muss ich hin. Ah, okay. Da kann ich auch nicht hin. Ah, das ist klar. Ich muss auch hier hin. Ich muss zu dem Kollegen. Hey, Kollege. Ich stehe hinter dir. 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 Immer noch hinter dir. Ah, das war mir Spaß. Das war mir großen Spaß. Aber mit mir glaubt, oder nicht? So, beim nächsten Speicherpunkt muss ich aber definitiv abspeichern. Genau den meine ich. Weg! 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 Hauptsache, der hat mich voller weg. Das einzige Gute an dem ist, der ist verdammt langsam. Aber der verfolgt uns jetzt wirklich bis zum Ende. Oh, das ist so unschön. Das ist so unschön. Das ist so unschön. Für mich heißt das jetzt einfach nur noch durchraschen. Alter. Alter. Na also. Ist der schon hinter uns her? Ne, der ist auf jeden Fall noch nicht da. Ich gehe kein Risiko an. Ich renne hier jetzt durch. So, schön für dich mein Freund. Du wirst aber sterben. Ne, 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 ich gehe kein Risiko an. Gehe ich nicht, gehe ich nicht, gehe ich nicht. Weil der Typ ist wirklich stark. Der kann, also damals hat er mich gewonnen hättet, aber damals war er natürlich noch nicht level 35. So, wo ist der? Ah, der ist tot. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Hab ich verstanden. Wir brauchen einen Schlüssel. Und da hinten kommt ja. Hau bloß ab, hau bloß ab, Alter. Oh, bitte, der trifft keinen der anderen zwei. Oh, thanks God. Hast du etwa den Schlüssel? Hoffen wir mal. Oh oh. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Vielen Dank auf jeden Fall für die Heilung, Alter. Aber weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich hab damals die Stelle so gehasst. Da ist er, da ist er, da ist er. Alles easy, alles easy. Bleib stehen, du Sack. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nice. Wir haben den Schlüssel und jetzt wieder zurück, ey. Oh Mann, ey, das, das haben die echt fies gemacht, dass du halt tausendmal an dem Typen vorbei musst. Das ist halt scheiße. Wo steht er denn? Oh, der steht mir natürlich genau im Weg, ey. Scheiße. Okay, 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 alles gut, 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 alles ist super, alles ist glücklich. Und jetzt bitte einfach nur noch hier weg. Nein, check, 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 ruhig, ruhig, ruhig. Mann, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Ich hab noch keine Zeit. Rem, are you feeling okay? Ich bin nur ein bisschen schütz. Ich werde gut. Would you like to rest a little while? Wir können nicht. Der敦ig würde uns hier sehen. Wir können nicht die ganze Team für einen Mitglied. Sie sagt nur, dass wir einen saferen Platz finden müssen. Ich bin gut. Wirklich? Sorry, dass Sie sich alle beschäftigen. Let's go, Machina. Damn it. Ja klar, der Machina denkt jetzt, was weiß ich was von der Class Zero, ist ja klar, ne? Wenn die hier seinen Bruder so ein bisschen auf dem Gewissen haben. Naja, hier ist ein Speicherpunkt, Leute. Ich muss den Part hier beenden. Ich würde echt gerne weiterspielen. Ich hab wirklich Bock, auf jeden Fall. Aber, ähm, erstens, ich denke, der Part geht lang genug. Hoffe ich mal zu Ihnen ist. Und zweitens, äh, wie gesagt, ich hab leider nicht, äh, also alte Videos noch nicht von meiner Festplatte gelöscht. Und die könnten nämlich, äh, knapp voll sein. Und, ähm, wenn die voll wäre, würde das Video hier gleich abstürzen. Dann lag es nicht am Aufnahmeprogramm, sondern am Video. Oder daran, dass die Festplatte voll ist. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es euch auch gefallen hat. Natürlich, nur dann. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!